Ja, hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe lernbegeisterten Mathematiker draußen jetzt hier heute in Deutschland. Wir wissen jetzt bereits, was Sinus, Kosus, Tangens sind. Wir kennen auch schon den Sinussatz. Und wenn man den Kinosinussatz kennt, gibt es natürlich auch immer noch den sogenannten kleinen Bruder, den sogenannten Kosinussatz. Genau. Ja, der Kosinussatz, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger mathematischer Satz und er gilt wie der Sinussatz in jedem beliebigen Dreieck. Ja, ist natürlich die Frage, wann nehme ich den? Und zwar braucht man da immer eine ganz einfache Ausgangssituation. Den nimmt man immer dann, wenn ich von einem Dreieck zwei Seiten kenne und den von diesen Seiten eingeschlossenen Winkel. Das heißt, immer dann kommt der zum einen Satz, nämlich wenn ich zwei Seiten kenne und den von diesen Seiten eingeschlossenen Winkel, dann startet man am besten immer mit dem Kosinussatz. Diese Ausgangssituation kann man auch noch für was anderes nehmen. Mit der kann ich dann auch immer den Flächeninhalt eines beliebigen Dreiecks ausrechnen, und zwar mit der berühmten Sinusformel. Ja, in diesem Sinne, macht kurz Pause, notiert euch den Hefteintrag und dann geht's weiter. Ja, nehmen wir einmal ein Dreieck, ein beliebiges Dreieck. Wir wissen, AC soll sein 4 cm, BC 9 cm und der Winkelkammer soll das Maß 120 Grad besitzen. Das heißt, wenn ich das jetzt zeichnen soll, zeichne ich sozusagen halt dementsprechend als erstes die Seite BC mit einer Länge von 4 cm. Wir legen unser Geodreieck hier an, messen dann die 120 Grad ab, zeichnen dementsprechend hier unseren Punkt ein, ziehen einen Kreis um den Punkt C mit einem Radius von 9 cm und damit hätte ich dieses Dreieck gezeichnet. So, jetzt weiß ich also zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel und damit kann ich immer mit dem großen Umsatz die Länge der diesem Winkel gegenüberliegenden Seite berechnen. Schaut man in der Formelsammlung nach, müsste man natürlich jetzt den Satz ein bisschen umbauen. Ich kenne natürlich jetzt hier Gamma und nicht wie in der Formel Gamma und sonstige Sachen. Also muss ich jetzt schauen, also ich will jetzt die gegenüberliegende Seite, müsste ich jetzt ansetzen, C² ist gleich A² plus B² minus 2 mal A mal B mal Cosinus Gamma, wenn ich den allgemein nehmen würde. Also ich würde mir den allerdings nicht so merken und letztendlich, ich will ja nicht C² haben, sondern ich muss mich ja eigentlich rausfinden, wie lange ist denn überhaupt die Seite C. Das heißt, anstatt dass ich C² ausnehmen möchte, brauche ich eigentlich die Wurzel von dem ganzen, weil ich ja nur C will. Also würde ich mir den eigentlich immer so merken, den Kosinussatz, auf die Länge der gegenüberliegenden Seite des Winkels komme ich immer, indem ich unter der Wurzel rechne, die Länge der ersten anliegenden Seite zum Quadrat plus die Länge der zweiten anliegenden Seite zum Quadrat minus 2 mal die Länge der ersten anliegenden Seite mal die Länge der zweiten anliegenden Seite mal Cosinus von 120 Grad, also mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Also so würde ich mir den merken, ich habe es da ein bisschen abgekürzt, also geschickt ist es sich den lieber so zu merken. Das heißt, ich merke mir dementsprechend die Länge der gegenüberliegenden Seite ist immer die Wurzel aus der Länge der ersten anliegenden Seite zum Quadrat plus die Länge der zweiten zum Quadrat minus 2 mal die erste anliegenden Seite mal die zweite anliegende Seite mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt alles einsetze, was ich weiß, steht da, dass die Länge der Strecke AB nichts anderes ist als 9 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat minus 2 mal 9 mal 4 mal Cosinus von 120 Grad oder ich sage Wurzel AS 4 Quadrat plus 9 Quadrat minus 2 mal 4 mal 9 mal Cosinus von 120 Grad. Und schon habe ich die Länge der gegenüberliegenden Seite. Würde ich die Fläche ausrechnen wollen, müsste ich natürlich die Sinusformel nehmen, könnte man rechnen, 1 halb mal 4 mal 9 mal Sinus von 120 Grad und damit käme ich dann auf eine Fläche von 15,59 Quadratzentimeter. Ein bisschen aufpassen beim Eingeben, dann wichtig, wenn ihr das in den Taschenrechner eingebt, den Cosinus und habt es auch unter der Wurzel, müsst ihr hier an dieser Stelle noch die Klammer-Taste wieder zumachen, sonst spuckt euch der Taschenrechner einen Watt-Error raus. Ja, das wäre der Cosinus-Satz, immer dann, also wenn ich zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel kenne, nehme ich den. Ein dritter wichtiger Satz, der steht allerdings nicht in der Formersammlung, ist aber auch ganz, ganz wichtig für die Abschlussprüfung, wenn man den kann, ist er der umgestellte Cosinus-Satz. Also letztendlich, man könnte natürlich dann auch mit dem Cosinus-Satz arbeiten, aber man könnte sich natürlich auch merken, wie lautend dieser Cosinus-Satz eigentlich, wenn ich den oben vorhabe, kann man ja mal allgemein sich durch überlegen. Das heißt, wenn ich den nehme, weiß ich eigentlich immer alle drei Seiten eines Dreiecks, das heißt, immer wenn ich alle drei Seiten eines Dreiecks kenne, dann kann ich den umgestellten Cosinus-Satz verwenden. Ich kann natürlich auch den Cosinus-Satz verwenden, wenn ich alle drei Seiten eines Dreiecks kenne, weil in dem tauchen ja auch alle drei Seiten aus und ich brauche ihn dann, um einen Winkel auszurechnen. Können wir ja mal stur einsetzen. Also nehmen wir an, ich weiß jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Winkel Beta ausrechnen möchte, weiß ich ja, dann ist B² A² plus C² minus 2 A C Cosinus Beta. So, ich will jetzt Beta. Also, was muss ich machen? Ich muss diese Gleichung so umformen, dass am Schluss Cosinus Beta auf der einen Seite bleibt. Das schaffe ich, indem ich als erstes rechne plus 2 mal A mal Cosinus Beta, weil hier Minus steht, damit ist es links, und ich rechne minus B², damit ist das B² rechts. Dann bleibt übrig, 2 A C Cosinus Beta ist das gleiche wie A² plus C² minus B². So, allerdings interessiert mich ja nicht das, das kenne ich ja, ich will ja nur Cosinus Beta. Also, was muss ich machen? Ich dividiere jetzt noch diese Seite durch 2 mal A mal C und damit weiß ich, was Cosinus Beta ist. Jetzt kann ich natürlich alle gegebenen Größen, die ich habe, einsetzen und das mal ausrechnen und dann könnte man es sich ausrechnen. Das heißt, mit Zahlen jetzt, wenn man es natürlich hernehmen würde, ich könnte auch sagen, gut, ich stelle den mir nicht um allgemein, also ich könnte das stur einsetzen, also ich setze alles ein, was ich weiß. Erster Schritt, ich berechne mit meinem Taschenrechner die ganzen Werte, da manchmal müssen wir dann da auch runden, dementsprechend. Das geschickt auf zwei Stellen nach dem Komma, das heißt, wenn ich erstmal alle Zahlen ausrechne, 9² plus 11,53² ergibt es 213,94. Ich kann das dementsprechend 2 mal 9 mal 5, 11,53, kann ich auch noch ausrechnen, ergibt dann minus 207,54. Damit habe ich eine Gleichung, die ich jetzt nach der unbekannten Cosinus Beta auflösen muss. Das heißt, was mache ich wieder? Ich bringe alles hier mit Plus auf die Seite, die 16 mit Minus auf die. Nachdem jetzt hier natürlich das Mal steht, dividiere ich diese Zahl durch die 207. Damit wüsste ich, das Cosinus Beta ist 0,95, das heißt, als nächstes nehme ich dann den Taschenrechner und gebe ein, drücke die Shift-Taste, Shift-Cosinus und dann dementsprechend 0,95 oder Ansichtstaste, dann nimmt der den letzten Wert her, kommt auf 17,59 Grad, äh 49. Ist natürlich eine mühsame Umformung, kann man machen, darf man natürlich dann nirgends verrechnen, weil ich das ständig, auch wenn ich backup runden muss. Das heißt, einfacher ist es, wenn ich mir das so merke. Das heißt, wenn ich mir das nochmal im Bild anschaue, ich will jetzt den Winkel haben, aber was habe ich denn da eigentlich rechne ich denn da eigentlich? Ich rechne a² plus c² minus b² durch 2 mal a mal c ist der Cosinus Beta, so haben wir uns den hergeladen. Das heißt, um mir das zu merken, muss ich eigentlich nur merken, gut, ich rechne, damit ich auf Cosinus des Winkels komme, also des eingeschlossenen Winkels, die erste anliegende Seite zum Quadrat plus die zweite anliegende Seite zum Quadrat minus die Länge der gegenüberliegenden Seite zum Quadrat durch 2 mal die Länge der ersten anliegenden Seite mal die Länge der zweiten anliegenden Seite. Und so würde ich mir den halt merken. Kann man zwar nur auswendig lernen, das heißt, wenn ich das mal ganz ausführlich hinschreibe, ist der Cosinus eines Winkels immer die Länge der ersten anliegenden Seite zum Quadrat plus die Länge der zweiten anliegenden Seite zum Quadrat minus 2 mal die Länge der gegenüberliegenden Seite zum Quadrat und das geteilt durch 2 mal Länge der ersten anliegenden Seite mal Länge der zweiten anliegenden Seite. Ja, das hätte ich gesagt, könnt ihr euch natürlich mal schön sauber auch übernehmen, könnt es auch gerne ausschreiben, könnt abkürzen, also riesen Formeln, wenn man es ausschreibt, aber so würde ich mir den merken, in der Form der Sammlung steht ja eh nur für einen Fall drin, wenn euch das klar ist, kann man merken, das kann man sich merken, ist es immer ganz einfach, das mit dem Cosinus auszurechnen. Das heißt, in dem Fall wäre dann mein Beta 17,49 Grad. Natürlich, klar, wenn ich jetzt die andere Ausgangssituation nochmal hernehmen würde, in der Aufgabe war ja Alpha jetzt schon bekannt, dann, oder nehmen wir an, ich weiß jetzt, Gamma kenne ich und ich kenne natürlich alle drei Seiten, dann, dann könnte ich natürlich auch sagen, ja gut, dann löse ich es mit dem Sinussatz zum Beispiel, kenne ich auch auf Beta. Könnte ja zum Beispiel auch sagen, Sinus Beta verhält sich zu 4 wie Sinus 120 Grad zu 11,53 und könnte ich mir auch Beta mit dem Sinussatz ausrechnen. Allerdings brauche ich natürlich dann erst noch dementsprechend einen Winkel und sobald ich drei Seiten kenne, geht es schon mal gar nichts mehr, sobald ihr drei Seiten kennt, müsst ihr es immer mit dem umgestellten Cosinussatz aussehen, oder es setzt, wie gesagt, alles in die Ausgangsformel ein. Man müsste da allerdings ewig rechnen und aufpassen und runden, dass er dann dementsprechend auf diesen Weg, wer da kommt. Ja, das war also der zweite wichtige Satz, der Cosinussatz. Ja, jetzt kennen wir also Sinus, Cosinus und Tangens und wir wissen, es gibt noch zwei Sätze, die gelten in jedem Dreieck, das sind der Sinussatz und der Cosinussatz. Ja, jetzt kommt das Allerschönste, wenn ich natürlich den Sinus und den Cosinussatz habe, die ja in jedem Dreieck gelten, dann gelten die natürlich auch im rechtwinkligen Dreieck, das heißt, falls einer überhaupt keine Ahnung hat, was das mit Sinus, Cosinus und Tangens war, dann braucht das nicht mal unbedingt, weil sobald ich natürlich jetzt im rechtwinkligen Dreieck bin, kenne ich ja immer einen Winkel, der ist 90 Grad und wenn ich dann wieder zwei Seiten kenne und noch einen Winkel, dann kann ich natürlich, dann habe ich alles, was ich brauche, je nachdem, wo der liegt und dann mit Sinussatz und Cosinussatz da auch irgendwas auszurechnen. Ist natürlich schreibaufwendiger, mit den alten Formeln geht es schneller und wie das ausschaut, das schauen wir uns in unserem vierten Teil des Crashkurses der Trigonometrie an. Ja, lieber VOVA, ich hoffe, jetzt ist auch klar geworden, was der Sinus und der Cosinussatz sind, weil ich muss sagen, der VOVA, der hat mich gefragt, ob ich das nicht nochmal erklären könnte, weil er hat das überhaupt nicht kapiert und der VOVA, das ist jetzt einer, der macht gerade seine Meisterprüfung und da muss er das dann alles wissen und ja, für alle jetzt, die sich natürlich jetzt in der Schule noch fragen, für was braucht man sowas mal im späteren Leben, dann kann ich sagen, wenn ihr dann in eurem Berufsleben weitermacht und ihr wollt dann Meister werden oder sonstige Sachen und habt dann auch wieder Schule und sonstiges, dann müsst ihr plötzlich auch Sachen über den Sinus und Cosinussatz können und wer es dann natürlich noch weiß vom Unterricht und sonstigen, der tut sich da natürlich ein bisschen leichter als einer, der da überhaupt keinen Plan mehr hat, weil er sich in der Schule halt auch null angeschaut hat und weil es ihn null interessiert hat und keiner weiß, ob ihr wisst, macht ihr irgendwann euren Meister, macht ihr weiter und spätestens dann werdet ihr feststellen, dann werdet ihr auch den Sinus und den Cosinussatz wieder brauchen, weil auch im technischen Beruf und dann in der Mechanik rechnet man dann damit dann Winkel von Steigungswinkel und sonstiges aus, also da braucht man das dann auch mal. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Teil, schaut euch noch den Teil 4 an, übernehmt bitte dann auch die Hefteinträge jetzt erst einmal, seid ihr ja zeitlang beschäftigt und demnächste Zeit üben wir das natürlich auch.